Im Garten der Villa sah es inzwischen aus wie in einem Heerlager. Katharina hatte alle Teppiche und Decken wieder aus dem Zelt hinausgeschmissen, weil sie Isomatten darunter legen wollte. Bis zum Abend sind wir fertig, entgegnete sie auf den erstaunten Blick von Agnes. Es ist schon Abend, Kasimir. Na, früher Abend, du übertreibst wie immer. Natascha kam und schmiegte sich an Agnes. Da bist du ja endlich, Oma. Oh, entschuldige, wir haben Maria noch nach Hause gebracht. Ist sie in Ohnmacht gefallen? Nein, mein Kind. Das wundert mich. Natascha, ich glaube, Maria ist eine sehr tapfere Frau. Wie du, Oma? Ja, vielleicht wie ich, nur noch viel stärker. So wie du, Natascha. Wir sind alle sehr tapfer, findest du nicht? Ja, Oma, das sind wir. Sogar Maximilian. Sie gingen ins Haus. Reto blieb beim Zelt und half Katharina und Maximilian. Sehr komfortabel, wie ihr das gemacht habt, lobte Reto. Es wird bestimmt gemütlich heute Nacht, solange ihr genügend Decken habt, dass ihr nicht friert. Haben wir, haben wir. Maximilian zeigte auf die Decken, die sie hinter dem Zelt gelagert hatten. Reto ging ins Haus. Katharina fragte Maximilian, sag mal, warum habt ihr das Zelt nicht schon früher aufgebaut? Ja, weil, weil der Papa nie Zeit hatte. Aha, so ist das, dachte Katharina. Immer sind die Eltern zu beschäftigt, machen Karriere und stürzen vor lauter Erfolg den Felsen hinunter. Dann ist nichts mehr mit Karriere und die Kinder sind auch mehr allein mit Mädels wie Elaine, die selbst fast noch ein Kind ist. Darüber wollte sie jetzt nicht urteilen. Es ist eh alles schlimm genug. Wir hatten unser Leben so schön eingerichtet, Agnes und ich. Das ist jetzt bestimmt vorbei. ARD Text im Auftrag von Funk